Ist es normal, dass mit den Jahren unsere Lebensenergie immer mehr abnimmt, wir uns müde, ausgelaugt und gehetzt fühlen? Hat es die Natur tatsächlich so eingerichtet, dass wir mit Schmerzen und Krankheiten leben müssen? Warum werden die Menschen in den industriell hochentwickelten Ländern immer kränker und dennoch immer älter? Wieso schlucken wir massenhaft chemisch hergestellte Medikamente, statt das zu nutzen, was die Natur uns in Hülle und Fülle anbietet? Warum lassen wir uns von außen so manipulieren, dass wir nicht mehr in der Lage sind, selbst zu wissen und zu spüren, was uns und unserem Körper wirklich gut tut? Wollen wir wirklich so weiterleben? Als Marionette der Gesellschaft, im Sog der Schnelligkeit, fremd gesteuert, gebeugt und krank gemacht? Die Wahrheit ist, dass jeder Einzelne von uns gesund, glücklich, frei und selbstbestimmend leben kann. Frei von Schmerzen und voller Energie. Die Natur ist so ausgelegt, dass es uns an nichts fehlt. Schau, der menschliche Körper, ein Wunderwerk der Natur, baut pro Sekunde bis zu 50 Millionen Körperzellen ab und ersetzt sie durch neue Zellen. Rein rechnerisch gesehen sind wir also alle sieben Jahre ein neuer Mensch. Doch was es dazu braucht, sind die richtigen Informationen. Und genau diese Informationen geben wir unsere Experten. Denn es ist uns ein Herzenswunsch, dir wieder Lebensfreude und Lebensenergie zu schenken, weil auch wir eine Zeit hatten, als es uns auf emotionaler und körperlicher Ebene nicht wirklich gut ging. Und deshalb ist es uns ein tiefes Bedürfnis, dir mit unserem Kongress ein allumfassendes und ganzheitliches Wissen für deine Gesundheit und Lebensenergie zu schenken. Ergreife also jetzt die Chance und melde dich beim ersten Gesundheit-Lenkt-Energie-Kongress an. Wir freuen uns auf dich! Wollen wir uns mal angucken? Oder war das jetzt nicht? Du hast es ja gehört. Ich meine, du hörst es doch anders als ich. Ja. Was ja. Es ist schon ganz okay. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgenommen. Oh, nee. Was ja. Es geht! Was ja. Es geht! Wo ist doch das? Es geht! Wo ist doch etwas? Ich schätze. Untertitelung des ZDF, 2020